Und da sind wir wieder vor den Pforten Wiedners, was wir, ja, ich kann es nicht anders sagen, dem Nebel geopfert haben. Und, was wollten wir, ach ja genau, wir wollten das Badesalz holen, was es schon mal nicht im Badehaus gibt, aber irgendwo hatte doch einer einen Bunker gebaut. Hier war es nicht. Hier war es. Wo ist der Knopf? Nein. Hm, schade. Was, muss ich jetzt erst wieder rausgehen? Hätte ich nur ja gesagt. Vielleicht habe ich sie jetzt auch kaputt gemacht. Willigstens den Getränkeautomaten haben sie gesichert. Das könnte denn unter Umständen wir gewesen sein. ist zwar schön, dass die die hier unten jetzt spielen können, aber wir wollen uns zur Zeit nicht damit verschwinden, denn... Was ist denn das jetzt bitte? Ist das bei allen? Oh toll, ich glaube jetzt habe ich wirklich das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, der will mir was verkaufen. So, mit dir konnte ich vorhin reden. Kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe den Verdacht, ich lade jetzt noch mal. Ja, ich lade einfach noch mal neu. Das wird wohl das Beste sein. Okay, dann versuchen wir es noch mal. Ja! Was ist das? 100 Gold für eine Münze. Äh, nö. Nö. 1 2 3 4 4 9 10 10 10 11 10 10 15 15 15 16 Du bist also auch wieder davon gekommen Ach, Weihnacht Boah, nö Na, das mit dem Ratario, das werden wir als nächstes Haus finden Dann schauen wir mal, ob es hier irgendwie irgendwas zum Plündern gibt Und das machen wir ja so gern Ja, es gibt da noch irgendein anderes Haus mit keiner Laune Okay, noch keiner hat den Schwertkämpfer, wie es aussieht Und doch, du Ja, 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 ja Meta erwartet den Schwertkämpfer, leider nur Level 1, obwohl es ein Level 2 Gegner war Wie unfair Ah, Levelaufstieg wurde auch mal wieder fällig Kann ich eigentlich? Nee, hier nicht Schade Kartenansicht gibt's anscheinend keine Also Zumindest nicht in der Stadt Hier waren wir im letzten Teil, da gab's nichts Ahem Schade Schade Nur als Level erhöht Das heißt, es könnte jetzt sein, dass hier ein Kampf-Slot mehr hat Und ich brauche erstmal wieder ein bisschen Power für meine Leute So, das sollte erstmal reichen Gibt's was im Schrank? Nein, das ist nicht mal ein echter Schrank, der ist nur aufgemalt Im Heizkessel ist schon mal nichts Und hier ist bestimmt auch nur Mist Heilblume Hm Ich schneide wieder raus So, damit ihr nicht sagt, ihr habt irgendwas Wichtiges verpasst Gerla kann jetzt auch Gruppenheilung betreiben Gut, hier ist sonst nichts nützliches Der letzte Kampf war recht schlauchend für Noah Aber deswegen Was ist hier so schönes drin? Schild-Elixier Aha Ah, das Bad ist ja jetzt für den Bürgermeister Sehr schön Mir hat sich die Reise doch glatt gelohnt Ach ja, da war ja was Ach, hier drüben, okay Das ist also auch noch Vielleicht sinnvoll zu erkunden Oder auch nicht Man will aber irgendwie auch einfach nicht fliehen Um sich die Statistik nicht kaputt zu machen Nicht mal dafür hat sich der Kampf gelohnt, okay Aber ich habe genug Geld verdient, um in dem versifften Bett zu schlafen Und in dem wahrscheinlich Jetzt das ganze Dorf schläft Toll Gut, und jetzt nichts wie raus hier aus diesem Loch Gucke ich nochmal herunter? Ich gucke nochmal herunter Das hat sich nicht gelohnt Okay Ich schneide jetzt so lange raus Bis ich endlich raus bin aus diesem Loch Weil, äh Jawohl, vielleicht Vielleicht schaffst du es jetzt mal Den Schwerfkämpfer aufzunehmen Nööö, natürlich nicht Ich sage dir, ob ich noch nicht Ich lebe mich Ich lebe mich Ich lebe mich Ok, also wir haben jetzt das Badesalz, können also den Bürgermeister glücklich machen und haben uns vorgenommen, in nächster Instanz reisen wir nach Ratatouille. Wiedner, Oktam, namenlose Brick und hier hinten sieht es nach Nebelgenerator aus. Ok, also ist das dieses Ratatouille und die Sache mit dem Badesalz kümmern wir uns dann ein andermal. Oder gehe ich vorher nochmal pennen? Ne, ich habe eigentlich auch genug Items mit, um mein Mana wieder aufzufüllen. Denke ich, hoffe ich. Irgendeine Blume, Blatt, Blüte wird da wohl schon was reißen können. Ok, also ich beschließe jetzt mal folgendes. Wir haben genug gemacht für heute. Im nächsten Teil sehen wir uns bei Ratatouille. Und ja, ich erspere euch jetzt mal diese langen Kampfzehen, die bestimmt auf dem Weg nach da oben noch zwölfmal auftreten werden. Bis zum nächsten Mal. Die Aufgaben sind die gleichen wie immer. Kommentar da lassen, Daumen da lassen, Video teilen. Na dann, macht's gut. Nie, Augen,怪 zu cosine. scheduler B Buchstab 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 Musik